Du willst den perfekten Bike-Urlaub. Premium-Hotels, Premium-Regionen, Premium-Service. Dann hast du keine andere Wahl als Mountainbike-Holidays. Wir bieten dir grenzenlosen Bike-Genuss. Vielleicht bist du ja eher der genussvolle Biker. Oder stehst du auf so richtige Trail-Action. Egal was auch passiert, unsere Guides sind immer für dich da. Auch wenn du mal vom rechten Weg abkommst. Na, nicht dein Tag gewesen? Unsere Jungs bringen dein Bike im Handumdrehen wieder auf Vordermann. Auch wenn du noch kein Vollprofi bist. Wir bringen deine Skills aufs nächste Level. Und für alle McAsgles unter euch, finden wir mit Sicherheit die richtige Challenge. Und bei Mountainbike-Holidays braucht ihr euch um die Bikes auch keine Sorgen machen. Eure Babys sind bei uns so sicher wie ein Ford Nox. Aber egal, mit der Premium-Bike-Wäsche von Mountainbike-Holidays ist das gar kein Problem. Habe ich eigentlich schon Premium gesagt? Vergiss alle anderen Hotels. Bucht bei Mountainbike-Holidays. Bucht bei Mountainbike-Holidays. Bucht bei Mountain Glückwunsch. Wenn du dich dann überst Sabbath und! Was immer wieder mit euch geschaffen? Gut. Alle Frei Lah'! ê